Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Oh, ich stelle die Mausgeschwindigkeit mal wieder ein bisschen hoch. Wir stehen jetzt hier noch vor dem Strip-Lokal und sollten uns ja mit dem guten Franklin, dem ich erstmal die Waffe wegnehme, Richtung Michael aufmachen. Wobei wir auch nochmal auf die Karte gucken können, ob denn da nicht im Moment noch die ein oder andere... Da vorne soll man ein Auto stellen. Dann setzen wir den Punkt mal gerade da hin. Es gibt jetzt aktuell auch keine Nebenmissionen mehr, die wir machen können. Ich hoffe, dass das dann jetzt nicht bedeutet, dass es da keine mehr gibt. Okay, also wir sind scheinbar, da ist das Strip-Schuppen nicht so weit entfernt von unserem Haus. Dann gehen wir doch mal gerade da kurz rüber. Oh Gott, nicht, dass er uns gleich umkippt. Oh. Naja, ich mein, über Mauern sollten wir ja drüber kommen, ne? Oh, das ist es. Chop, was du been eating? I gotta get a regimen for your ass. Sorry? So. Ich würde sagen, wir nehmen das Motorrad. Und ich stelle wieder auf Self-Radio, das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Und dann fahren wir hier oben zum guten Michael. Ja. Vielleicht auch hier direkt nochmal, ähm, der Vlog wird Dienstag oder Mittwoch kommen. Ich hoffe, dass ich morgen Zeit habe, alles dafür aufzunehmen. Es ist kein Vlog direkt von der Gamescom, sondern es wird eher so ein, ja, kann man es letzt-talk nennen. Ich werde es wahrscheinlich letzt-vlog nennen, aber, ähm, es ist im Nachhinein quasi meine Eindrücke von der Gamescom, wie es so da aussah. Meine Kritik, weil da gibt es auch ein paar Punkte, an der Gamescom und an der Organisation dessen. Ähm, dann, ja, das Videogames-Live-Konzert, was anschließend stattgefunden hat, da möchte ich noch so ein bisschen Meinung zu sagen, ähm, und Feedback geben. Dann werde ich eine Top-Ten-Liste machen mit den von mir erwarteten Videospielen für dieses und nächstes Jahr, von den, mit, inklusive der Neuvorstellung, die da auf der Gamescom noch getätigt wurden. Denn da wurden noch drei, zwei Titel angekündigt, die ich sehr interessant finde. Und dann gibt es noch ein Anpacking. Ja, ich habe nämlich was mitgebracht von der Gamescom. Das hat mit dem ersten Let's Player auf meinem Kanal zu tun, zwar nicht mit dem Singleplayer, sondern mit einem anderen Part, den ich noch nicht gemacht habe. Aber, ähm, ja, es ist eine sehr schöne Sache, glaube ich, und, ähm, das werde ich dann auch noch für euch machen. Rausgehauen wird das Ganze dann wahrscheinlich am Dienstag oder am Mittwoch um 20.30 Uhr. Ähm, muss ich gucken. Und so, ja, morgen natürlich, kommt eine Doppelfolge, ähm, von City Skylines. Doppelfolge in dem Sinne, dass ich zwei Folgen hintereinander raushau. Ja, weil, ähm, ich wollte eine Doppelfolge machen, weil der letzte Woche ausgefallen war. Und ich haue dann einfach zwei Folgen hintereinander weg raus. Und dann könnt ihr euch die angucken, wie ihr wollt. Also entweder direkt am Stück hintereinander weg oder halt nicht. Das möchte ich euch überlassen, das möchte ich euch nicht vorschreiben. Und deswegen zieht ihr den Helm so mal aus. Ja. Genau. Das machst du dann einfach auf den Boden. Ähm, das möchte ich euch selbst entscheiden lassen. Deswegen mache ich da keine 40 Minuten Folge draus, sondern mache einfach zwei draus. Ja. So, und jetzt gehen wir hier rein und dann geht's weiter mit der Hauptstory. Oh. Hey, 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 there you are. Was cracking. So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking a Red we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows the guy. Get his 50 cents on the dollar. Hey, hey. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whoo. Cheers. So that's dead, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file. What is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Nothing. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and Dave's rings. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I said to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, pushes me over, and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You've been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high? We all get high! But that don't make it right! Leave it! The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you're done with me. I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing! Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just... I'm a mess. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. Fucking shit. Cut, cut, cut. Cut. Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck. Johnny. Next time, don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap. Get up. Get up. Fuck you, then. Ja. Jai. Wait. Fuck. Ja. Ha. Don't be cowboys forced our hand. We gotta find the rest of the lost. Damit sehen wir eine neue Figur, die fehlende Figur, den guten und nicht so guten Trevor. Und Wade ist zu blöd, um einzusteigen. Wir stellen mal wiederum auf Selfradio und fahren mal los. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen drauf achten, wie die Framraten so sind. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil hier durch das ganze Gebüsch und so ein Kram... Das Name ist Michael Townley. Das ist mal das Pusperj. 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 Find them. Find them. Uh, my cousin's there, but I don't... Find them, Wade. Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert, and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Sollte man meinen, ja. Außer man stammt aus dem Reagenzglas. Äh, okay. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey. Hey, cowboy. You mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? All right. All right. We follow the van back to the rest of them, and the lost MC are out of this region for good. Sorry. 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 ain't there. Oh. Hey, how big are you. Hey, how big are you. So. You gotta slow it up, man. That's a sharp laugh. The van won't get there if we shoot it too much. I can't see us taking... Who makes sense? So, damit haben wir nämlich erst mal Ruhe. Da fahren wir an der 1st Person. Können wir nicht nur da ausschießen können? Ja, hätten wir. Na gut, das habe ich zu spät gesehen. Das war ein kleiner schöner Pferd. So. Ich glaube, wenn es lag, dann liegt es, by the way, an der extremen Sichtweite. Und, ja, krass, das sollten eigentlich kein Problem mehr sein. So, erledige die Biker. Genau, das ist nämlich jetzt unsere Aufgabe. Okay, jetzt kämpfen wir uns hier so ein bisschen durch. Den habe ich erwischt. Sehr schön. Lade mal gerade nach. Oh, das ist schlecht. Nein. Der ist tot, weil er sich... Ja. Hätte man die Flammen nicht ausschlagen können. Na gut. Dann versuchen wir das nochmal. Na, kommt er nochmal raus? Ne, ne. So. Da kommt jetzt gleich wieder nach hier rum, glaube ich. Da können wir mal gerade die, glaube ich, benutzen. Ist ein bisschen besser. Yes. So. Dann haben wir den auch weg. Da kommt jetzt der Truck. Den haben wir auch. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Okay. Jetzt kommt einer von hinten. Oder? Er lebt noch. Oh, jetzt wird es wieder eng. Ich glaube, dass wir jetzt regenerieren. Ja, das sieht gut aus. So. Das sieht gut aus. So. Dann haben wir auch. Oder noch hier. Da hinten. Dann nehmen wir mal die. Äh, warum nimmst du die nicht? Juhu! Halt den Dicht! So. Da kommen jetzt Motorräder. Oder auch nicht. Meinst du? Gut. Okay. Das ist kein Explosivfass. Jetzt rück zum Laster. Alles klar, machen wir auch. So, der gute Wade wird jetzt von uns weggeschickt. Warte mal, wir gucken mal gerade noch. Unten werden welche angezeigt. Ja genau, da unten laufen sie. Na gut, jetzt sind sie weg. Blöd, sonst hätten wir nämlich noch die Mission etwas besser abschließen können. Gut, dann fahren wir hier mal querfeld ein und kümmern uns um die Aztecas. Okay. Hey. Schieben den jetzt da in den Fluss. Ah! Fuck! I'm this fucking fuck! What the fuck, Trevor? Bro, this is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going! Say something, don't make it true! No! You have been told! I thought you were crazy, man, not stupid. You sure you want to do this? They're gonna greenlight you after this. Okay. Wir bedrohen ihn jetzt, aber es wird nicht funktionieren. Das heißt, wir haben nur eine Wahl. Und jetzt fahren wir zu Ron nach Hause, wenn wir uns jetzt nicht festgefahren haben. Was? 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 The moment is opportune. Understood. Yes, sir. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am! I'm not gonna raise my balding head on a beach in ten years time, Sand. I'll as well! Is this about the ghost? Michael fucking Danley, yes it is! Well, you told me about him. Your old running buddy. And who is the other one? Brad. Who's the other one? Locked up in a federal penitentiary. When he finds out, Michael survived that job. Yeah. What do you think happened? If I knew what happened, I wouldn't be bemoaning these last ten years. I've spent in ignorance. Some say ignorance is bliss. For a man with an interest, some may say obsession with the secret truth kept hidden behind historical events. Get out of the car, Ron. Any time to think. Run! 3 3 3 4 5 5 5 4 6 gut, ja genau Schnellspeicherplatz kennen wir ja gucken mal, so wenig Kopfschüsse ja das war auch schwierig mit einer Shotgun Kopfschüsse zu verteilen ähm, Wohnwagen ruiniert Lost and Damned ja das ist im Übrigen, das war die Biker-Truppe aus Lost and Damned von GTA 4 ja, gut, alles klar dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich hoffe, dir hat das Video gefallen ok, das schauen wir uns dann im nächsten Part an ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen ich hoffe, dir hat das Video gefallen wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da und dann sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bis dahin, tschüss